Was ist Kino? Kino ist Geld. Die amerikanische Filmindustrie wartet nur darauf, sie zu überrollen und es gibt nur ein Mittel, um mit ihr zu konkurrieren. Dem Publikum zeigen, was es will. Ich hab so ziemlich alles, was es gibt. Softporno, Brutalo, Sado, was Orientalisches. Ist das alles, was du hast? Die Kleine will ein bisschen Action, ne? Hast du schon mal einen Toten gesehen? Was denkst du denn? Nein, ich meine nicht einen Toten im Fernsehen, ich meine einen echten Toten. Ich nehme an, dass sich die traurige Nachricht schon herumgesprochen hat. Professor Figueroa ist am Dienstag verstorben. Red kein Blödsinn. Das ist kein Blödsinn. Du hast den alten Tod aufgefunden und ihm das Video geklaut. Die Kassette gehört mir. Darf ich sie mir ansehen? Ich brauche sie für meine Arbeit. Red kein Scheiß. Was ist auf dem Video? Die suchen sich irgendjemanden aus, entführen, foltern und ermorden ihn und nehmen das mit der Videokamera auf. Er hat einen Digitalzoom verwendet. Und wenn schon? Wir können damit auf die Kamera schließen. Willst du jeden verfolgen, der so eine Kamera besitzt? Fangen wir an. Und wie kommst du darauf, mit ihm ein Interview zu machen? Er hat mich praktisch gezwungen. Ich will nur dich. Dieser Typ ist nicht nur ein arrogantes Arschloch, sondern auch ein Psychopath. Was redest du dauernd von ihm? Du tust du, als würdest du ihn kennen. Mach ihn doch ein bisschen an und er steht morgen mit einem Messer und einer Kamera in deinem Zimmer. Der Dreckskerl weiß alles. Er will die Kassette wieder haben. Keine Bewegung. Das ist kein Einzelfall. Das ist ein Geschäft. Diese Leute handeln mit diesen Kassetten. Unfälle, Folterung, Morde. Sie haben alles da unten versteckt. Mein Name ist Angela. Ich werde ermordet. Das ist ein Geschäft. Ich habe ein Geschäft. Vielen Dank.